Ich bin gleich da. Elsa sagt es wie ein Mantra. Zu sich selbst, zu ihrer Mutter, zu ihrem Leben. Das vermeintliche Ziel ist das Meer. Auf dem Meer lösen sich alle Sorgen auf, hat ihr Vater immer gesagt. Manchmal hat man das Gefühl, sich vorwärts zu bewegen. In Wirklichkeit aber bringt einen jeder Schritt unweigerlich zurück zu dem, der man ist. Nach Hause.